Wir sind jetzt in der Hundeschule. Das ist Sitz. Sie sehen hier die berühmte Hundeflüsterin, die mit dem Hund spricht. Machen Sie das mal nochmal, junge Frau. Das war schon mal ganz toll mit dem Sitz. 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 Sehen Sie die berühmte Tierflüsterin. Sitz. Oh. Oh. Platz. 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 Nein. Aber den Hundschern ist sehr zu erfreuen. Eigentlich macht er das und eigentlich kann er das. Ja, junge Frau, Sie sind ja bekannt wegen der Flüsterei, aber das ist wohl der Vorführeffekt, ja? Das ist ja vor Glück. Ja, ich verstehe. Ja, also Ihr Ruf ist wohl besser als das, was Sie wirklich können. Ja, aber wir haben es vorher, haben wir uns das so abgesprochen, es darf einfach vorlaufen, da kann man ja nicht so funktionieren. Ach so. Ach so. Ach so. Ach, Sie haben das mit dem Hund abgesprochen. Ja, ja. Jetzt habe ich das verstanden. Und könnten Sie das Ganze für mich mal vorführen, dass er das kann? Nein. Oh, fein. So ist es. Beide. So ist es. Fein kann er das. Langsam. Fibi. Sitz. Fünf. Die andere. Die andere. So ist es. Beide. Beide. So ist es. Sitz. Platz. Na, das hat ja jetzt ganz hervorragend geklappt. Ganz klar. Das war's. Das war's.